Der Umbau der Energiesysteme von fossilen zu grünen regenerativen Energien bei steigendem Strombedarf ist eine sehr aktuelle große Herausforderung, die nur mit exzellenten IngenieurInnen zu meistern ist. In der Studienrichtung Elektrotechnik experimentierst du in den Laboren der Hochschule Hof, etwa an Leistungselektronik, Embedded Systems und Mikroprozessortechnik, arbeite in kleinen Teams und im späteren Berufsleben gemeinsam an einer nachhaltigen elektrischen Welt. Eine, Verzeihung, hochspannende Aufgabe und es gibt viel zu tun. Im modularen Bachelorstudiengang Ingenieurwissenschaften ist diese Studienrichtung mit einem von zwei verschiedenen Vertiefungsschwerpunkten deiner Wahl und mit einer Vielzahl an möglichen Ergänzungsfächern kombinierbar. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020